Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Bei Tageshöchstwerten von 5 Grad zeigt sich am Samstag der Westsachsenhimmel bedeckt. Am Nachmittag lässt sich mit viel Glück auch mal die Sonne blicken. Bei leicht steigenden Temperaturen treibt ein Bürgerwind am Sonntag die Wolken auseinander und es erwarten uns einige sonnige Momente. Der Start in die neue Woche gestaltet sich recht freundlich. Bei Maxi-Werten im oberen einstelligen Bereich dürfen wir uns am Montag auf 5 Sonnenstunden freuen. Zwar bleiben uns am Dienstag die für die Jahreszeit zu hohen Temperaturen erhalten, aber der Tag kommt trübe und verregnet daher.